Gemeinsam etwas planen Die Situation Die Punkte Termin Material für die Reinigung Wohin mit dem Müll Transport Wer kann noch mithelfen? Hallo Marie, wie geht's dir? Hallo Alex, mir geht's gut, danke, und dir? Hallo Alex, mir geht's gut, danke, und dir? Mir geht's auch gut, in einem kleinen Park in unserer Stadt liegt sehr viel Müll Hast du ihn gesehen? Hast du ihn gesehen? Ja stimmt, das habe ich gesehen, das ist ein Problem Wir möchten dabei helfen, den Park sauber zu machen Wir möchten dabei helfen, den Park sauber zu machen Was denkst du? Was denkst du? Das finde ich eine gute Idee, ich habe frei nächste Woche, geht's bei dir am Freitag? Das finde ich eine gute Idee, ich habe frei nächste Woche, geht's bei dir am Freitag? Am Freitag geht leider nicht, weil ich arbeiten muss Wie sieht es am Samstag aus? Am Samstag passt mir gut, den ich habe frei, aber weißt du welche Materialien brauchen wir dafür? Wir brauchen Besen und Mülleimer, fällt dir noch etwas dazu ein? Wir können auch Müllgreifer oder Handschuhe mitnehmen, wir sollen auch bequeme Kleidung tragen Das ist eine gute Idee, weißt du, was machen wir mit dem Abfall? Wir sammeln die Abfälle und werfen sie in die Mülltonnen Wir sammeln die Abfälle und werfen sie in die Mülltonnen Okay und dann? Okay und dann? Dann werden die Abfälle in ein Werk transportiert, wo Müll recycelt wird Dann werden die Abfälle in ein Werk transportiert, wo Müll recycelt wird Sollen wir den Müll auch trennen? Sollen wir den Müll auch trennen? Ja natürlich, wir trennen Müll, damit er wieder verwendet wird Ja natürlich, wir trennen Müll, damit er wieder verwendet wird Super, und so schützen wir die Umwelt Super, und so schützen wir die Umwelt Genau, glaubst du, dass wir zu zweit schaffen, den Park zu putzen? Ich glaube, es wäre besser, wenn wir dafür Hilfe bekommen, aber wie? Hast du vielleicht einen Vorschlag? Ich glaube, es wäre besser, wenn wir dafür Hilfe bekommen, aber wie? Hast du vielleicht einen Vorschlag? Ja, ich schlage vor, dass wir unsere Freunde Leo und Max einladen, damit sie uns helfen Ja, ich schlage vor, dass wir unsere Freunde Leo und Max einladen, damit sie uns helfen Das finde ich ein guter Vorschlag Ich rufe sie an und frage, ob sie Lust darauf haben Super, vielen Dank, ich hoffe, dass sie mithelfen können Super, vielen Dank, ich hoffe, dass sie mithelfen können So, dann sind wir uns einig Wir sehen uns am Samstag So, dann sind wir uns einig Wir sehen uns am Samstag Abgemacht, auf Wiedersehen Abgemacht, auf Wiedersehen Abgemacht, auf Wiedersehen